Wohlstandsneurotika Willkommen beim Wohlstandsneurotika, dem Podcast der Neuland-Rebellen. Heute sprechen wir über die Krankenhausreform. Unser hochgeschätzter Karl Lauterbach möchte ja ganz gerne das Gesundheitssystem vom Kopf auf die Füße stellen. Zumindest behauptet er das. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie das Ganze funktioniert und was das letztlich für Auswirkungen haben wird. Wir beginnen mit einem typischen Satz eines öffentlich-rechtlichen Mediums, den wir uns einfach mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Tatsache ist, dass etwas geschehen muss. Rund 1.900 Kliniken gibt es in Deutschland. Zu viele, da sind sich die Experten einig. Wer genau die Experten sind, erfahren wir in diesem Bericht nicht. Aber in demselben Bericht kommt ein Experte zu Wort, der sich da scheinbar nicht so ganz einig ist mit all den anderen Experten, die hier gemeint werden. Darauf kommen wir aber später noch zu sprechen. Ja, wir fangen jetzt an. Also ich würde sagen, wir fangen jetzt mit einer kleinen Lesung an und zwar in einfacher oder leichter Sprache, wie es heute so schön heißt. Denn es geht um das Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem betrifft uns alle und dementsprechend müssen wir natürlich auch alle verstehen, was denn eigentlich geplant ist und was die Ausgangssituation ist und wie die Lösungsansätze aussehen. Ja, das schauen wir uns jetzt einfach mal an und ich lese jetzt einfach mal, wie gesagt, in einfacher Sprache ein paar Sachen vor. Das für die Audioversion, hier die Videoversion, wird natürlich dann auch so gestaltet sein, dass diese Texte eingeblendet werden. Und es geht los. Im Präambel unter der Überschrift Integrierte Notfallzentren und Integrierte Leitstellen steht geschrieben. Eine gut funktionierende Notfall- und Akutversorgung ist essentieller Bestandteil der Gesundheitsversorgung und damit auch der Daseinsvorsorge einer jeden Gesellschaft. Für Menschen, die sich in einer akuten medizinischen Notlage fühlen, ist es entscheidend, jederzeit unmittelbare direkte Hilfe erhalten zu können und hierbei ein hohes Vertrauen in die Zuverlässigkeit und Qualität der Versorgung zu haben. Dies gilt gleichermaßen für den ambulanten und den stationären Sektor. Etwas weiter unten steht dann geschrieben, auch das sollten wir uns merken, Das merken wir uns jetzt mal und schauen mal kurz rein. in einen kleinen Auszug eines Textes der Tagesschau, in dem es darum geht, zu erklären, was jetzt eigentlich passieren soll. Die Tagesschau schreibt Entökonomisierung des Krankenhauswesens. Kern der geplanten Reform, die auf Vorschlägen einer Expertenkommission beruht und für die im Sommer Eckpunkte vorgelegt werden sollen, ist nach Worten Lauterbachs eine Entökonomisierung des Krankenhauswesens. Das bisherige System der Fallpauschalen soll weitgehend abgeschafft werden. Künftig ist zudem vorgesehen, dass kleine Krankenhäuser sich auf eine Grundversorgung konzentrieren, während komplexere Eingriffe vor allem in großen, entsprechend spezialisierten Kliniken stattfinden sollen. Die Regierungskommission schlägt dazu vor, dass die Zahlung der neu eingeführten Vorhaltevergütung für Kliniken nur für Leistungen erfolgt, zu deren Erbringung das jeweilige Krankenhaus durch Zuweisung eines entsprechenden Levels sowie der erforderlichen Leistungsgruppe bestimmt ist. Zudem muss das Krankenhaus die mit Level und Leistungsgruppe jeweils verbundenen Mindestvoraussetzungen erfüllen. Man ahnt bereits, dass hier etwas faul ist, aber im Kern wird natürlich behauptet, es findet eine Entökonomisierung statt. Und da klingeln doch bei Patienten die Ohren, und zwar im positiven Sinne. Denn wir alle haben ja gelernt, dass die Ökonomisierung und die, ich würde mal sagen, Renditisierung des Krankenhauswesens fatale Auswirkungen hatte, hat und auch in Zukunft haben wird. Es sei denn, es findet eine Entökonomisierung statt. Ja, wie diese Entökonomisierung aussieht, das können wir uns jetzt ja nochmal in einem kleinen Filmclip angucken. Also die bereits vorhandene. Mit dieser Konfettipistole hatte er sich selbst ins Gesicht geschossen. Da hast du so gehalten. In Auge geschossen. Oh, fünf Minuten in dieser Warteschleife mit einem schreienden kleinen Kind, der umherquarkt, der heult, wo du nicht weißt, ist irgendwas. Wartest du fünf Minuten, das ist eine ellenlange Zeit. Und dann kriegst du zu erfahren, ja, hier in 21 Kilometern ihrer Nähe ist ein Augenarzt, der doch Bereitschaft. Und dann fährst du los. Eine Viertelstunde fahren. Eine Viertelstunde Notfallrettung für ein verletztes Kind. Ja, der kleine Shorty hier hatte irgendwie Silvester wohl ein bisschen Unsinn gemacht. Und dementsprechend ist er dann in die Situation gekommen, zusammen mit seinem Opa, in der er sich dann befand. Ja, der Großvater hat erzählt, dass er ja erstmal telefoniert hat. Und das wird er wahrscheinlich in Zukunft noch häufiger tun können, müssen, dürfen, beziehungsweise den Versuch unternehmen. Wir gucken uns dazu nochmal etwas an. Grundsätzlich soll in Zukunft mehr über Telefon und über Telemedizin erfolgen. Mehr Behandlung, mehr Qualität, mehr Zuverlässigkeit und natürlich mehr Tempo. Und in dem Papier zur Krankenhausreform der Bundesregierung steht dazu Folgendes. Hierzu sind flächendeckend integrierte Leitstellen ILS aufzubauen. Die beiden Notrufnummern 112 und 116, 117 sind zu erhalten, da sie in der Bevölkerung gut bekannt sind. 112 besser als 116, 117. Und da bereits bislang ein Großteil der Anrufenden sich selbst richtig einen hochgradig dringlichen oder weniger dringlichen Hilfebedarf zuordnet. Integriert bedeutet, dass Anrufe bei beiden Nummern entweder in der gleichen Leitstelle einlaufen, digital gesteuert könnten die beiden Nummern mit unterschiedlicher Priorität bedient werden. Wow! Oder dass getrennte Leitstellen 112 und 116, 117 durch feste Strukturen miteinander verbunden sind, sodass ein Rückgriff auf die Strukturen und Ressourcen der anderen Leitstelle und eine unmittelbare Weiterleitung von Anrufenden und erhobenen Daten an den anderen Bereichen möglich ist. Je nach bereits vorhandenen Strukturen sind regional unterschiedliche Varianten, gemeinsame Leitstelle oder verbundene Leitstellen möglich. Nächster Punkt. Ja, das ist eine sehr gute Idee, insbesondere der letzte Satz, denn ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch schon mal versucht hat, die 116, 117 zu erreichen. Ich persönlich bin einige Male in dieses zweifelhafte Vergnügen gekommen und es war, man kann es nicht anders sagen, es war schlicht und ergreifend ein Desaster. Ja, die 112 hat in der Tat besser funktioniert, aber künftig wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass schon bei dem Notfallanruf, die meisten werden wahrscheinlich trotzdem weiterhin 112 wählen, zumindest im zweiten Versuch. Denn wenn die 116, 117 weiterhin so funktioniert wie bisher und keine revolutionäre Verbesserung stattfindet und ich wage das zu bezweifeln, dann wird das nichts, beziehungsweise das Kind heult nicht nur 5, 10, 15 oder 30 Minuten, sondern macht sich auf den Weg, der dann etwas über eine Stunde dauert. In unserem Beispiel wahrscheinlich auch noch vor lauter Stress und Frust in die Hose. Ja, aber das ist ja noch gar nichts, das ist ja im Grunde genommen nur der Anfang. Denn bevor wir in die blühenden Landschaften der Gesundheitssystemlandschaft in Deutschland schauen, gucken wir uns doch einfach mal an, wie es bis jetzt so läuft. Und wenn wir uns an die Corona-Zeit zurückerinnern, dann wissen wir, es war immer eng, es war viel zu eng und alle hatten extremen Stress. Und dementsprechend war das große Monster, das vor uns stand, die Überlastung des Gesundheitssystems. Das darf natürlich auch in Zukunft nicht überlastet werden, sondern muss mindestens auf dem Level bleiben, auf dem es sich jetzt befindet. Wobei der Level, auf dem es sich jetzt befindet, sieht zum Beispiel so aus. Denn es fehle sogar an Rettungswagen. Ab 16 Uhr steht nur einer zur Verfügung. Also wenn man um 17 Uhr einen Herzinfarkt kriegt und der Rettungswagen ist gerade unterwegs, dann ist es schlecht, wenn man in Havelberg ist. Entschuldigung, ja, dann wartet man. Auf den nächsten Einsatzbereich, das wäre in dem Fall im Kliez, wenn der frei ist, der Rettungswagen, ist der nicht frei, dann kommt aus dem anderen Landkreis eben Bad Wilsnack oder Neuschrebko, der Rettungswagen mit seiner Besatzung. Und das kann bei einem Herzinfarkt? Tödlich enden. Muss man so sagen, klar. Dabei gibt es in Deutschland klare Regeln. Laut Grundgesetz ist der Staat verpflichtet, ein funktionierendes Gesundheitssystem zu errichten. Hat er jetzt zu errichten oder zu vernichten gesagt? Ich habe es nicht genau verstanden. Vielleicht könnt ihr das nochmal nachhören. Ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. Ich habe jetzt auch keine Lust, wieder zurückzuspulen. Also, per Grundgesetz ist der Staat verpflichtet, ein funktionierendes Gesundheitssystem zu errichten. Gehen wir mal davon aus. Das Gesundheitssystem, so wie es jetzt ist, ist offenbar nicht mal in der Lage, in bestimmten Gebieten mehr als einen Krankenwagen zur Verfügung zu stellen. Da fragt man sich tatsächlich, wie haben wir das mit Corona hingekriegt? Hm, merkwürdig. Aber inzwischen ist ja längst bekannt, dass in Corona-Zeiten gemauschelt, geschummelt, betrogen, gelogen und was weiß ich nicht noch alles wurde. Es wurden freie Betten einfach weggestrichen aus der Liste, damit man irgendwelche Quoten von mindestens 75 Prozent Überlastung belegen konnte, um dann die freien Betten, die irgendwo in irgendwelchen Kammern standen, bei Bedarf wieder rauszuholen, aber erst mal die Kohle abzugreifen. So gesehen, ja, bedarf es vielleicht tatsächlich einer gewissen Reform, aber weniger des Gesundheitssystems, sondern eher der Mechanismen, wie man sich innerhalb dieses Systems richtig schön bereichern kann. Naja, Corona hin oder Corona her, Fakt ist, wir haben definitiv ein Problem mit unserem Gesundheitssystem. Meiner Meinung nach in erster Linie ein Problem der Privatisierung des ganzen Krankenhauswesens und der daraus folgenden Renditejagd der Investoren, denen es natürlich nicht darum geht, irgendwelche Menschen wieder heile zu machen, sondern das Maximum an monetären Möglichkeiten zu realisieren. Karl Lauterbach hat einen etwas anderen Blick auf dieses System, beziehungsweise auf diese Problematik. Und wie er sich äußert und was dann er vorhat zu tun, das ist doch schon nochmal ziemlich interessant. Die Krankenhäuser sind in einer Notlage. Mittlerweile haben 60 Prozent der Krankenhäuser erhebliche finanzielle Probleme. Wir haben große Qualitätsdefizite dahingehend, dass tatsächlich in vielen Krankenhäusern die medizinischen Geräte, die Gebäude, aber auch das Personal nicht mehr ausreicht, um die Leistungen in der Qualität zu erbringen, wie dies notwendig wäre. Lauterbach will das Krankenhaussystem neu organisieren. Dabei orientiert er sich vor allem an diesem zentralen Gutachten der Bertelsmann Stiftung von 2019. Darin fordern Gesundheitsökonomen den Kahlschlag in der Kliniklandschaft. Wir stehen am Vorabend einer notwendigen Revolution im Krankenhaussektor. So, wir stehen also vor einer notwendigen Revolution im Krankenhaussektor. Da ist ja der Che Guevara mit Brille der optimale Anführer, der uns durch diese Revolution führen kann. Ja, faktisch spricht er von Personalmangel. Personalmangel, Personalmangel, da war glaube ich auch schon was während der Corona-Phase, während der Corona-Episode. Das Personal war gnadenlos überlastet, überfordert, litt teilweise unter Depressionen, Burnout und hat gleich den Job vollkommen ganz und gar gewechselt. Wahrscheinlich auf Nimmerwiedersehen. An der Bezahlung wurde nichts geändert, an der Wertschätzung wurde nichts geändert, wenn man jetzt mal von enthusiastischen Applausbemühungen von irgendwelchen Balkons aus am Wochenende absieht. Ansonsten ist der Personalmangel und auch dementsprechend der Fachkräftemangel, denn logischerweise gibt es im Krankenhauswesen, wenn es Personalmangel gibt, auch Fachkräftemangel. Ja, selbst gebaut, selbst gebastelt durch fehlende Wertschätzung, durch zu geringe Bezahlung und Lauterbach verkündet das Ganze so, als hätte irgendein bizarres, unsichtbares Monster diese Voraussetzungen geschaffen, die er jetzt nur beim Namen nennen muss. Es ist wirklich dramatisch. Mensch, Bertelsmann, 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 Bertelsmann hat immer so tolle Ideen und jetzt, wir haben es eben schon gesehen, soll es also darum gehen, Krankenhäuser zu schließen. Der Laie, der Staunende fragt sich aber, wie kann denn das sein? Das ist doch gar nicht möglich und wir gucken mal, was wir dazu finden. Dazu lese ich eine Pressemitteilung von Gemeingut in Bürgerinnenhand vor, eine Initiative, die wirklich großartige Arbeit leistet und die das Ganze hier in einer Pressemitteilung vom Bündnis Klinik Rettung zusammengefasst hat. Berlin, den 6. Juli 2021 war das bereits, das ist aber nach wie vor aktuell. Das Bündnis Klinik Rettung weist die Forderung zur Schließung von 700 Krankenhäusern in Deutschland scharf zurück. Der gemeinsame Bundesausschuss von Krankenkassenärzten und Kliniken hatte diesen Vorschlag in die Debatte eingebracht. Der Spitzenverband der Krankenkassen sieht ebenfalls Reformbedarf und verweist dabei auf die Corona-Krise. Interessant. Um die Schließungen umsetzen zu können, soll das Grundgesetz geändert werden, was ja auch nötig ist. Die Zuständigkeit für Krankenhäuser soll den Bundesländern weggenommen und beim Bund konzentriert werden. Das ist gewissermaßen ein Todesstoß, aber darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Das Bündnis Klinik Rettung befürchtet, dass so Schließungen erleichtert werden sollen, weil die Zentralisierung lokalen Widerstand aushebelt. In immer mehr Regionen wehren sich die Menschen gegen den zunehmenden Abbau der stationären Versorgung. Karl Wassmuth, von dem wir gleich auch noch was hören bzw. lesen werden, ist Sprecher vom Bündnis Klinik Rettung und im Vorstand von Gemeingut in Bürgerinnenhand. Und er sagt dazu, an alle, die behaupten, durch die Corona-Krise sei deutlich geworden, dass Deutschland in Zukunft weniger Klinikstandorte brauche, erklärt uns dann mal, warum wir alle zu Hause bleiben mussten und fast die ganze Wirtschaft heruntergefahren wurde. Gesundheitsminister Jens Spahn und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben gesagt, das sei nötig, damit das Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Und wir wissen ja, die kleinen Krankenhäuser haben sogar mehr Corona-Patienten behandelt als die Maximalversorger. Diesen Satz sage ich jetzt noch mal, denn die nächste Pandemie kommt bestimmt. Die kleinen Krankenhäuser haben sogar mehr Corona-Patienten behandelt als die Maximalversorger. Maximalversorger, kleine Krankenhäuser, was ist denn das überhaupt? Das gucken wir uns jetzt mal an. Dazu werden Deutschlands Kliniken jetzt in drei Stufen eingeteilt. In kleine, überwiegend ambulante Häuser, mittlere Häuser für kompliziertere Eingriffe und Maximalversorger wie Unikliniken. Was ja auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so schlecht klingt und eigentlich möglicherweise nach einem guten Plan, wenn dann wirklich alles abgedeckt werden kann und die kleinen und die mittleren und die Maximalversorger sich ergänzen und jeder macht, was er am besten kann, dann wäre das ja eigentlich gar nicht so schlecht. Aber was hat denn diese Aufteilung in sogenannte Level, so wird es in der Krankenhausreform genannt, was hat das eigentlich für Konsequenzen? Hören wir uns dazu einfach mal ein paar Stimmen an. Wolfert Walde leitet das Werniger Krankenhaus, seit Jahren sehr engagiert. Die größte Angst habe ich davor, dass wir auf Dauer nicht mehr das Geld bekommen, was wir eigentlich zur Aufrechterhaltung unserer Arbeit brauchen. Das heißt dauerhafte Verluste bis zur Schließung. Walde spricht gar von einem Kahlschlag der medizinischen Versorgung. Es werden viele kleine Häuser, die hohe Qualität liefern, die hoch anerkannt sind von der Bevölkerung, die damit eine gesicherte Versorgung haben. Die würden dann zusammenbrechen, wären nicht mehr da. Für die Häuser befürchte ich konkret, dass ganz viel Aufbauarbeit, die die Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung in den Regionen geleistet haben, Zentrenbildungen für spezialisierte Leistungsangebote, komplett umsonst war. Das müssen die alles wieder aufgeben. Das wird alles nur noch konzentriert im Ballungsgebiet. Für unser Haus würde es bedeuten, dass wir diese Eingriffe nicht mehr durchführen können. Weil das Kreiskrankenhaus zu wenig Fachbereiche und zu wenig Intensivbetten hat und somit nicht die erforderlichen Kriterien für ein Haus der Stufe 2 erfüllt. Und nur die dürfen derartige Eingriffe künftig in Rechnung stellen. Dafür sind die Strukturen hier allerdings nicht vorhanden. Und damit könnten wir eigentlich nicht so weitermachen, wie wir wollen. Wie bitter ist das? Das ist sehr bitter, weil hier ein dreistelliger Millionenbetrag vom Freistaat und auch von unserem Träger investiert worden ist. Ja, das waren einige Stimmen, die sich wie Bolle über die Krankenhausreform und die neue Aufteilung in die angesprochenen drei Level freuen werden. Weil sie dann nämlich plötzlich nicht mehr das machen können, was sie vorher gemacht haben beziehungsweise nicht mehr abrechnen können und im schlimmsten Fall dann sogar schließen müssen. Schließen muss auch das ein oder andere Frühchen, möglicherweise die Augen, wenn es denn zur Welt kommt, unvorhergesehen etwas zu früh. Lassen wir jetzt also mal einen Arzt aus der Neonatologie zu Wort kommen und hören mal zu, was der so zu erzählen hat im besten Deutschland aller Zeiten und seinem Gesundheitssystem. Ein Frühchen kämpft ums Überleben auf der Neonatologie der Münchner Uniklinik Großhadern. Es hat eines der wenigen Plätze auf der Station bekommen. Täglich müssen Andreas Flemmer und sein Team entscheiden. Welches Kind können wir noch übernehmen und welches nicht? Und da gibt es tatsächlich Kinder, die wir deswegen nicht retten können. Ja, so bitter es ist in diesem reichen Land, dass das stattfindet, aber das ist die Realität. Was fällt uns dazu ein? Natürlich fällt uns dazu ein, jedes Leben zählt. Zumindest, wenn es ins Gesamtkonzept passt. Und das Gesamtkonzept des Gesundheitssystems ist, sagen wir mal, fair aufgeteilt zwischen Leben und Tod. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Dann, beziehungsweise, ja, wahrscheinlich kriegt der Tod dann doch noch ein bisschen mehr Bedeutung, als er bisher haben durfte. Er wird sich freuen, alle anderen, er nicht. Schauen wir uns jetzt die Situation einmal an, wie sie heute schon ist und wagen dann einen kleinen Ausblick in die Zukunft mit Hilfe einer Frau, die sich damit auskennt. Schauen wir also nach Schleswig-Holstein. Auch das Krankenhaus Eckernförde in Schleswig-Holstein hat kaum Überlebenschancen. Seit Dezember ist die Klinik im Insolvenzverfahren. Genauso wie 26 Kilometer entfernt das Krankenhaus Rendsburg. 43 Millionen Euro hat der Landkreis seit 2018 als kommunaler Träger in beide Häuser investiert. Für die Klinik Eckernförde sieht die Landesregierung keine Chancen mehr. Und das, obwohl in einem Bürgerbegehren 67 Prozent der Wähler vor drei Monaten den kompletten Erhalt beider kommunaler Häuser gefordert haben. Ja, dazu muss man sagen, dass dieses Bürgerbegehren nicht mehr als ein Witz ist, über den man freilich nicht lachen kann. Aber es ist tatsächlich so. Letztlich ist es nämlich so, dass die Landesregierung über dem Kreis steht. Und in Zukunft dann, ja vermutlich, wenn es denn nach Karl Lauterbach und den seinen Komplizen geht, sogar der Bund dann über der Landesregierung. Aber gucken wir uns nochmal die Situation an, wie sie bis jetzt ist. Und das ist schon schlimm genug. Das sei nicht mehr bezahlbar, meint der Landrat und schiebt die Verantwortung Richtung Landesregierung. Der Kreis darf nicht einen Klinikbetrieb organisieren, der nicht dem Krankenhausplan des Landes entspricht. Das ist die Krux bei dem gesamten Verfahren Bürgerbegehren, Bürgerentscheid gewesen, dass den Menschen in gewisser Weise suggeriert wurde, dass auf Kreisebene politisch über eine Frage abgestimmt werden kann, die aber gar nicht in der Gestaltungsvorheit des Kreises liegt. Wir lernen also, dieser Mann kann als Kreispolitiker überhaupt gar nichts entscheiden. Die Landesregierung steht über ihm. Und wenn die entscheidet, wie sie entscheidet, kann er machen, was er will. Und wie sieht das dann in Zukunft aus? Am Ende entscheidet das neue Krankenhausfinanzierungsgesetz, welche Krankenhäuser überleben dürfen. Hightech-Medizin in Unikliniken und große Schwerpunktkrankenhäuser sollen weiter gestärkt werden. Viele Bürger fürchten, dass die schnelle Notfallversorgung auf dem Land nicht mehr sicher ist. Und wie realistisch diese Befürchtungen sind, das hören wir uns jetzt an von der Expertin, die ich eben schon angedeutet habe. Ein Teil dieser Krankenhäuser werden zu ambulanten Gesundheitszentren umgewandelt, ohne Notfallversorgung und nur mit ärztlicher Rufbereitschaft. Ein anderer Teil der Krankenhäuser soll nur Basisversorgung leisten. Und das heißt, diese Krankenhäuser werden in solchen Notfällen, wie zum Beispiel ein Herzinfarkt, nicht mal die Erstversorgung leisten dürfen. Besonders dramatisch ist, dass die Geburtskliniken zu etwa der Hälfte geschlossen werden sollen. Ja, nachdem wir hier ein paar Basisinformationen zusammengetragen haben, gucken wir uns jetzt nochmal die Krankenhausreform an, beziehungsweise schauen auch nochmal an, auf wessen Mist das Ganze gewachsen ist. Ausgangspunkt war die Bertelsmann Stiftung. Und wenn die solche Ideen formuliert, dann springen die Lobbyisten in Politik und Wirtschaft natürlich sofort im freudig erregten Dreieck. Dazu möchte ich empfehlen, das werde ich auch verlinken unter dem Video, ein Interview mit Karl Wassmuth, das Ralf Wurzbacher für die Nachdenkseiten geführt hat, in dem es um diese Krankenhausreform geht. Und auch da werde ich jetzt nochmal ein paar Auszüge, Fragen und Antworten und auch Zahlen vorlesen. Ich kann nur empfehlen, dann auch das ganze Interview zu lesen. Und ich möchte euch wirklich bitten, beziehungsweise ich möchte euch nahelegen, befasst euch mit dem Thema. Es ist Wahnsinn, was hier auf uns zukommt. Und Karl Wassmuth wird das gleich im Anschluss zum Ende des Videos auch nochmal auf plakative und sehr erschreckende Art und Weise auf den Punkt bringen. Gehen wir jetzt also mal rüber zu Karl Wassmuth und Ralf Wurzbacher. Wir kommen also direkt nochmal auf die Endökonomisierung zu sprechen, die wir ja schon am Anfang des Videos hatten. Und Herr Wurzbacher fragt, Herr Wassmuth, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, wird nicht müde zu behaupten, Kern seiner geplanten großen Krankenhausreform wäre die Endökonomisierung der Versorgungsstrukturen. Nehmen Sie ihm das ab. Und Herr Wassmuth antwortet, was Karl Lauterbach mit Endökonomisierung meint, soll er noch einmal erklären. Sein Vorhaben ist der Niedertracht kaum zu überbieten. Hunderte Krankenhäuser sollen geschlossen werden, damit private Anbieter noch mehr Marktanteile bekommen und im Personalüberschuss der gekündigten Beschäftigten abgewickelter Kliniken baden, sich also die Leute aussuchen und die Leute drücken können. Aber Lauterbach und seine Berater trauen sich nicht, eine Liste zu erstellen, auf der steht, diese 700 Kliniken schaden unserem Gesundheitssystem. Erst wenn sie weg sind, werden die Leute besser versorgt. Ja, darauf Ralf Wurzbacher, das würde ja auch keinem Menschen einleuchten. Tatsächlich, natürlich würde das keinem Menschen einleuchten. Und ich habe in der Krankenhausreform lange gesucht nach Krankenhausschließungen. Es ist faktisch nichts zu finden. Ich habe zumindest nichts finden können. Das heißt, das wird also außerhalb dieser Geschichte dann passieren. Aber es ist definitiv geplant. Also die 700 Kliniken hat sich der Herr Wassmuth nicht ausgedacht. Ich hatte ja auch schon die Bertelsmann Stiftung gezeigt. Das heißt also, es bleibt letztlich dabei. Und Karl Lauterbach selbst hat ja kurz vor Corona auch schon gesagt, dass sowieso viel zu viele Kliniken da sind und die geschlossen werden müssen. Und wenn wir uns das 3-Level-System anschauen, dann ist es so, dass das eigentlich auch gar nicht im Gesetz stehen muss. Oder im Entwurf oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Es muss überhaupt gar nicht drinstehen, dass sie geschlossen werden müssen, weil die Rahmenbedingungen halt so desaströs gestaltet werden und so schwierig werden, dass sie von sich aus dicht machen müssen. Es wird dann gar nicht mehr anders gehen. Und weder Ralf Wurzbacher. Der zweite Vorschlag der von Lauterbach eingesetzten Krankenhauskommission zielt darauf ab, das Fallpauschalensystem entlang der sogenannten Diagnosis Related Groups, DRGs zumindest, zu beschränken und durch ein System der Vorhaltepauschalen zu ergänzen. Kommt das für Sie nicht überraschen? Anschließend war es Lauterbach selbst, der die Fallpauschalen vor 20 Jahren an der Seite von Ex-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt SPD durchgedrückt hatte. Ist der Mann wenigstens um ein bisschen Wiedergutmachung bemüht? Ja, die Antwort dürfte Teile der Bevölkerung verunsichern, Herr Wasmuth sagt. Herr Lauterbach gehört inzwischen zu einer neuen Kategorie von Politikern. Wir hatten in Deutschland durchaus schon das Phänomen, das bei Reformen herumgedruckst wurde, um davon abzulenken, worum es eigentlich geht. Aber die Begleitprosa hatte doch irgendwas mit dem Thema zu tun. Bei Herrn Lauterbach ist das anders. Er hat kein Problem damit, das Gegenteil vom Offensichtlichen zu behaupten. Auch sich selbst zu widersprechen macht ihm nichts aus, so wenig wie Donald Trump oder Boris Johnson. Im vorliegenden Fall verhilft er den privaten Kliniken und Anlegern in medizinische Versorgungszentren, sogenannte MVZ, über reformierte Fallpauschalen zu neuen Renditen. Im Sinne seiner Klientel agiert er völlig stringent und rational, es ist knallharte Ökonomie, die er bedient. Er sagt, die Preise für die DRGs würden etwas verändert, aber das Geld sei gedeckelt, es gebe keinen Cent mehr. Der entscheidende Trick im System ist ja der, dass private Kliniken und MVZ ihre Einnahmen steuern können und öffentliche Kliniken nicht. Die, die sich Patienten und Behandlungen aussuchen können, schöpfen ab, die anderen bluten aus. Die Vorhaltepauschalen sind der größte Werbeschwindel von Lauterbachs Reform. Und gleichzeitig wird ja definiert, dass hunderte Krankenhäuser weg sollen, also nicht mehr vorgehalten werden. Ja, das war im Prinzip nochmal prägnant, das, was ich sehr umständlich gerade kundgetan habe, jetzt hier nochmal zusammengefasst. Es soll also geschlossen, geschlossen, geschlossen werden. Und ich bin jetzt schon gespannt, was uns die nächste Pandemie denn bringt, denn die kommt bestimmt. Ja, kommen wir zum vorläufigen Resümee. Wir gehen gleich nochmal zurück zu Herrn Wasmuth und lesen nochmal vor und durch, was er auf uns zukommen sieht. Und das ist in der Tat mehr als erschreckend. Ja, gute Fragen, auf die es letztlich natürlich keine sinnvollen Antworten gibt. Zumindest nicht innerhalb des Reformgesetzes, über das wir hier sprechen. Der entscheidende Punkt kommt jetzt und das ist gewissermaßen der Schlusspunkt, den hier Herr Wasmuth setzt. Er sagt, um es klar zu sagen, diese Reform wird tödlich. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland zurückgeht. Und weiter schreibt er, sagt er, Ja, abschließend noch ein paar Worte von mir. Was wir erleben im deutschen Gesundheitssystem ist das Überstreifen des Leichentuches. Und mit jeder Reform wird es ein Stück weiter nach oben gezogen, sodass am Schluss nichts mehr übrig bleiben wird. Und davon ist auszugehen. Ich habe dieses Video gemacht, weil ich der Meinung bin, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns das bewusst machen. Wir steuern hier mal wieder sehenden Auges auf eine Katastrophe zu. Zumindest was die Krankenhäuser, das Personal und die zu versorgenden Menschen angeht. Wir steuern auf der anderen Seite natürlich auf ein Garten Eden zu, was die Rendite jagenden Unternehmen angeht, die das Ganze dann eben mit größtmöglicher Rendite realisieren. Das hat mit einer Daseinsvorsorge nichts zu tun. Das hat auch mit Gesundheitspolitik, Gesundheitsschutz, Gesundheitsprävention nichts zu tun. Es geht auch nicht darum, dass die Leute gesund werden, sondern es geht darum, dass sie, ich will mal sagen, am besten bestimmte Krankheiten bekommen, die dann möglichst hoch vergütet werden. Andere Krankheiten sind dann nicht so wertvoll und dementsprechend wird es dann wahrscheinlich auf telemedizinischem oder telefonischem Wege geregelt werden. Was dabei rauskommt, weiß jeder, der schon mal in der Warteschleife festgehangen hat. Dieses Land wird zerstört, muss man einfach so sehen, ganz bewusst zerstört. Wir haben es jetzt in vielen, vielen Bereichen gesehen. Das hier ist ja nur ein Bereich von vielen. Es brennt an allen Ecken und Enden. Es wird immer desaströser und immer schlimmer. Wir können uns leider nicht auf Vernunft oder auf Empathie oder auf Verantwortungslosigkeit oder auf den Schwur, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden, verlassen. Das können wir vergessen, denn je länger die Politik regiert und agiert und insbesondere, aber natürlich auch schon davor, insbesondere die aktuelle Bundesregierung, desto mehr stellen wir fest, dass der Schaden angezogen wird von uns beziehungsweise von unseren Politikern, wie die Motten vom Licht angezogen werden. Was sie dazu motiviert, diesen Wahnsinn zu machen, ob es schlicht und ergreifend Egoismus, Gier ist, ob es letztlich, was durchaus möglich und durchaus wahrscheinlich ist, die Vorgaben sind, die sie von anderen bekommen. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen, wer diese anderen sein könnten, aber man muss davon ausgehen, dass es diese Vorgaben gibt. Oder ob sie schlicht und ergreifend dumm und inkompetent sind. Im Übrigen schließt das eine das andere nicht aus und die Dummheit und die Inkompetenz unserer Politiker, die lasse ich mir auch nicht nehmen und lasse ich mir nicht ausreden. Aber Dummheit und Inkompetenz allein reicht eben nicht. Es muss auch eine große Menge an toxischer Energie dahinter stecken, die das Ganze dann letztlich so aussehen lässt, wie es jetzt aussieht. Ja, das soll es für den Moment gewesen sein. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und kann tatsächlich nur empfehlen, achtet darauf, was auch in diesem Bereich passiert. Und ja, Herr Wasmut hat es geschrieben, beziehungsweise Herr Wasmut hat es gesagt, das Ganze endet tödlich für immer mehr Menschen und die Lebenserwartung muss nicht zwingend steigen. Das heißt, im Prinzip müssten jetzt Hunderttausende raus auf die Straße, um für Frieden und Leben zu demonstrieren, sprich für ein gesundes Gesundheitssystem. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.